Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video lernst du, was du konkret tun kannst, wenn du denkst, dass dein ganzes Leben einfach schrecklich ist, dass dein ganzes Leben furchtbar ist, dass egal in welchem Lebensbereich du blickst, alles irgendwie unschön ist und du vielleicht einfach nicht mehr weiter weißt. Vorab möchte ich eine Sache sagen. Die generalisierte negative Einstellung zum Leben oder auf das eigene Leben ist natürlich oder kann natürlich charakteristisch sein für Depressionen. Wenn du dich in einer Depression befindest oder das Gefühl hast, dass du lustlos bist, keine Motivation mehr hast, dass du morgens nicht mehr aus dem Bett kommst, dann wäre eine Psychotherapie oder ein Psychologe in dem Fall für dich höchstwahrscheinlich die richtige Anlaufstelle. Nebenbei wäre es auch noch natürlich für dich um einiges günstiger als ein privates Coaching. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht sogar erstmalig im Leben dich in einer Phase befindest, wo einfach alles blöd ist und du nicht mehr weiter weißt, dann möchte ich dir hier in diesem Video ein paar konkrete Denkanstöße geben, wie du das Ruder gegebenenfalls rumreißen kannst. Zuallererst möchte ich Folgendes sagen. Unser Gehirn macht es sich oft für uns im Leben einfach. Das heißt, wir tagtäglich, minütlich, sekündlich prasseln so viele Informationen auf uns ein. Die Wissenschaft streitet sich, manche sagen 50.000, andere sagen 100.000, dass es für uns nicht zu verarbeiten ist. Wir können das nicht greifen. Wenn wir das alles wahrnehmen würden, hätten wir einen Information Overload. Wir wären verwirrt. Wir könnten nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen. Deshalb ist es durchaus sinnvoll und gut, dass unser Gehirn dazu neigt, zu generalisieren oder in gewissen Momenten in Kategorien zu denken. Das ist etwas per se Positives. Jene Generalisierung, jene Kategorisierung von unserem Gehirn hat aber auch Schattenseiten. Und eine Schattenseite davon kann sein, dass wir manchmal dazu neigen, wenn vereinzelte Herausforderungen vielleicht in verschiedenen Lebensbereichen auftreten, dass wir dazu neigen, insofern zu generalisieren, dass aus einzelnen Problemen aus einmal zum Beispiel der Satz wird, mein ganzes Leben ist furchtbar, mein ganzes Leben ist schrecklich, einfach alles ist blöd aktuell. Das ist zum einen, wie eben angesprochen, durchaus normal. Auf der anderen Seite gibt es ein riesiges Problem, wenn wir das tun. Denn wir können das Problem, in Anführungsstrichen, dass das ganze Leben blöd ist, nicht verändern. Denn das ganze Leben gibt es an sich nicht. Das ganze Leben ist ein diffuses Konstrukt in unserem Kopf. Eine Verallgemeinerung, eine Generalisierung. Und in dem Moment, wo in unserem Kopf diese riesige Nebelwolke ist, dass einfach das ganze Leben blöd ist, furchtbar ist, ausweglos ist, haben wir keine Möglichkeit, irgendwo anzugreifen, um Lösungen zu finden. Denn das Problem ist zu diffus. Es ist nicht ein konkretes Problem, was wir konkret angehen und lösen können, sondern es ist das ganze Leben, was sich in dem Moment blöd anfühlt. Und es fühlt sich eins zu eins so an. Was du jetzt aber konkret machen kannst, ist, in einem halbwegs guten Moment, dir die Frage zu stellen, was genau an dem ganzen Leben ist denn blöd? Ist wirklich das ganze Leben blöd? Und wenn du dir diese Frage wirklich aufrichtig und ehrlich stellst, dann wirst du im Normalfall feststellen, dass nicht wirklich alles blöd ist. In der Regel gibt es Bereiche, die nicht blöd sind. Vielleicht hat man aktuell Probleme im Job. Vielleicht ist man aktuell auch krank. Aber vielleicht hat man gute Freunde, die zu einem stehen. Vielleicht sind andere Lebensbereiche auch nicht so gut im Moment. Vielleicht hat man ein bisschen Schulden. Vielleicht läuft es in der Partnerschaft nicht so gut. Aber vielleicht ist man gesund. Es gibt immer Aspekte, die positiver sind und immer Aspekte, die negativer sind. Worum es hier aber konkret gehen soll, ist, dass du, wenn aktuell du dich in einer Phase befindest, wo es dir so vorkommt, als ob dein ganzes Leben blöd oder schrecklich ist, ist, dass du dir zuallererst bewusst darüber wirst, dass es das ganze Leben als solches nicht gibt und du genauer hinschaust, um diese Nebelwolke aus deinem Kopf wegzukriegen, damit du überhaupt irgendwo Angriffsfläche hast. Und wenn du das machst, dann wirst du feststellen, dass diese Nebelwolke immer etwas kleiner wird. Am Ende wirst du da vielleicht stehen und sagen, okay, klar, nicht mein ganzes Leben ist blöd aktuell, aber mit meinem Job ist alles blöd. Und dann frag dich auch da wieder, was genau heißt das, dass mit deinem Job alles blöd ist. Wirst du monatlich nicht bezahlt? Kann dein Vorgesetzter dich nicht bezahlen? Kommst du nicht klar mit deinem Vorgesetzten oder mit deinem Kollegen? Bekommst du deiner Meinung nach zu viel Geld? Sind deine Arbeitszeiten blöd? Auch da, schau wieder genauer hin, wo genau steckt das Problem an der Stelle. Genauso in anderen Lebensbereichen. Freundschaftlich, partnerschaftlich, finanziell. In jedem Lebensbereich, schau einmal hin, man spricht immer von vier großen Lebensbereichen generell. Das eine ist Gesundheit, das andere ist Beruf, Berufung, Finanzen. Das dritte ist dann oftmals Liebe. Und als vierte Säule spricht man oft von Spiritualität, Religion, Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung vielleicht. Das sind diese vier Säulen. Und zuallererst macht es Sinn, wenn du denkst, dass dein ganzes Leben blöd ist, auf diese vier Säulen zu schauen. Welche von diesen vier Säulen ist konkret am meisten betroffen? Und meist wird das Bild in dem eigenen Kopf dann schon klarer. Meist merkt man dann, okay, es ist nicht das ganze Leben, aber beruflich ist aktuell einiges im Argen und partnerschaftlich an für sich auch. Und dann, in dem Moment, bist du schon ein ganzes Schritt oder einen ganzen Schritt für dich weiter. Denn dann ist die Nebelwolke, dass das ganze Leben blöd ist, auf einmal weg und du hast konkrete Herausforderungen. Dein Beruf ist blöd, weil du Probleme hast mit sämtlichen Kollegen. Oder deine Partnerschaft ist blöd, weil ihr nicht so miteinander redet, wie du dir das wünschen würdest. Und auf einmal wirst du feststellen, dass in deinem Kopf bereits enorme Erleichterung ist, denn du kannst auf einmal, hast quasi deine Herausforderungen definiert und weil du sie definiert hast, hast du das Ruder wieder in der Hand, diese Themen anzugehen. Das hast du nicht, wenn in deinem Kopf diese Nebelwolke ist, dass das ganze Leben blöd ist. In dem Moment, wo du das Ruder in die Hand bekommst, fühlt sich das Leben sehr viel leichter bereits an, denn es fühlt sich mehr an, als hättest du die Kontrolle. In dem Moment, wo man denkt, dass das ganze Leben blöd ist, fühlt es sich im Umkehrschluss oftmals an, als wäre das Leben, würde einem das Leben widerfahren, als wäre man dem Leben ausgesetzt, als hätte man keine Kontrolle, als säße man selbst nicht am Besteuer des eigenen Schiffes. Und genau dieser Schritt ist bereits getan, wenn du deine Herausforderungen und deine Probleme klar definiert hast. Der nächste Schritt ist, dass du genau hinguckst. Du hast jetzt genaue Probleme, zum Beispiel, auf der Arbeit kommst du überhaupt nicht klar mit deinem Vorgesetzten oder mit deinen Kollegen. Oder in der Partnerschaft fühlst du dich nicht gut, weil ihr nicht so kommuniziert, wie du dir das wünschen würdest. Diese konkreten Herausforderungen in deinem Leben kannst du jetzt angehen, Schritt für Schritt, nicht alle auf einmal. So kannst du dir zum Beispiel die Frage stellen, okay, jetzt ist nicht mehr mein ganzes Leben blöd und es ist ausweglos und ich habe nicht die Kontrolle, sondern ich komme nicht klar mit meinen Kollegen oder mit meinem Vorgesetzten auf meiner Arbeit, wie, was kann ich jetzt tun, was kann ich machen. Und auf einmal werden, umso konkreter, dass die Herausforderung definiert ist, umso konkreter werden Antworten aus deinem Gehirn aufploppen. Denn dein Gehirn funktioniert etwa wie Google. Wenn du deinem Gehirn eine Frage stellst, liefert dein Gehirn eine Antwort. Wenn du zu deinem Gehirn fragst, warum ist mein Leben nur so blöd, dann wird dein Gehirn Schwierigkeiten haben, darauf Antworten zu liefern oder dir Antworten liefern, die dich nicht weiterbringen, sondern eher runterziehen. Wenn du deinem Gehirn die Frage stellst, was kann ich tun, wenn ich mit meinem Vorgesetzten nicht mehr klarkomme oder Probleme habe mit meinen Kollegen, dann auf einmal wird dein Gehirn ankommen und potenzielle Lösungen liefern, wie zum Beispiel, okay, da ist auf der Arbeit die Lisa und der Stefan, mit denen komme ich überhaupt nicht klar, ich könnte den Dialog suchen. Eine Möglichkeit. Ich könnte mit meinem Vorgesetzten darüber reden. Eine andere Möglichkeit. Ich könnte mich an den Betriebsrat wenden, an den Psychologen auf meiner Arbeit, eine andere Möglichkeit. Oder du könntest im Extremfall dir eine andere Arbeit suchen. Das wären alles beispielhaft Antworten oder Lösungsmöglichkeiten für die konkreten Herausforderungen in deiner konkreten Situation. Und diese kannst du dann angehen. Das musst du nicht tun, das ist dir freigestellt. Aber du hast jetzt die Möglichkeit, dein Leben rumzureißen, denn du hast die Probleme erkannt, definiert. Es kommen Lösungen auf und diese kannst du annehmen oder auch nicht. Und das bringt dich ein ganzes Stück weit mehr in die Selbstverantwortung. Denn wenn du auf einmal weißt, dass nicht dein ganzes Leben blöd ist, sondern dass dich genau das stört und genau das, dann hast du den Knüppel in der Hand und vor allem die Verantwortung, dir zu überlegen, möchte ich das jetzt angehen oder möchte ich das nicht? Beides war vorher nicht der Fall. Deshalb, wenn du das Gefühl hast, dass dein ganzes Leben blöd ist, dein ganzes Leben schrecklich ist, du einfach nicht weiter weißt, solltest du das eben Genannte als ersten Schritt definitiv tun. Das ist das Erste, egal was du machst, was du tun solltest. Wenn du das getan hast, dann bist du auf einem komplett anderen Niveau, auf einem komplett anderen Level und hast die Möglichkeiten, wieder klarer zu denken, klarer zu sehen und den Knüppel in die Hand zu nehmen und deinen Lenker im Leben rumzureißen. Wie du das dann letztendlich umsetzt, ob du dich dafür entscheidest, dass du kündigst, ob du dich dafür entscheidest, dass du deine Beziehung beendest oder daran arbeitest, ob du zu einer Paartherapie gehst, ob du das Gespräch oder den Dialog suchst oder ob du dich entscheidest, dass es besser ist, ohne die Beziehung weiterzuleben. Das sind die nächsten Schritte, das steht auf einem anderen Blatt, aber das sollte vorab passiert sein, bevor du dir diese Fragen stellst. Wenn du konkretere Fragen dazu hast oder irgendwas unklar für dich war, dann schreib unbedingt in die Kommentare. Alternativ habe ich hier noch, Moment, hier auf der Seite, das Video oder das Video für dich verlinkt. Beide kannst du dir ansehen, weil sie in eine ähnliche Richtung gehen und dir vielleicht mit anderen Worten nochmal genauer erklären, wie du in dem Moment vorgehen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, adios.